Hallo Reinhold, willkommen beim Espresso con Paolo. Ja, moin Paolo. Du bist schon wieder am Espresso trinken. Ich habe heute mal Wasser, weil wenn ich jetzt noch mehr Kaffee trinke, dann spiele ich immer da oben unter der Decke heute. Das ist zu viel Kaffee. Also ich habe schon alles gehabt. Espresso, doppelte Espresso. Der eine hat ein Cappuccino dabei gehabt. Kakao, Tee. Gut, trinke ich ein Wasser mit dir. Ist gut, ist gut. Gesundheit ist wichtig. Stimmt, ich könnte mir zu meinem Espresso nochmal ein Glas Wasser holen. Schön, dass du da bist, Reinhold. Ich sehe schon, IT-Socializer. Wir haben uns letzte Woche unterhalten über die Folgen der Cloud für die, wie haben wir die genannt, Serverschrauber. Ja, überhaupt Hardware-Schrauber. Die Leute, die gerne Hardware schrauben. Was, wenn wir nicht besprochen hatten, was siehst du denn so als Folgen für diejenigen, die an der Software schrauben, also die Softwareentwickler? Hat sich denn durch die Cloud bei denen was verändert? Was meinst du? Auch, auch, ja. Also zum einen natürlich die Art und Weise, wie Software, also wo sie mittlerweile gespeichert wird, also der Code an sich selber. Weißt du, selber gehört, dass jeder irgendwie bei sich abgelegt auf dem Server in der Firma, war eher so am Anfang und dann gab es irgendwelche Code-Management-Systeme, mit denen man das gemacht hat. Also so mittlerweile ist es ja, gehört es ja fast zum guten Ton, dass man das Ganze in der Cloud, in GitHub oder so ablegt, damit alle darauf zugreifen können, damit man es dann auch wiederum öffentlich stellen kann, wenn es halt ein Open-Source-Projekt ist. Das ist ja das, was so mittlerweile, ja, gutes Code-Management ausmacht an der Stelle. Also da hat sich schon was geändert an der Stelle, denke ich. Ja, und was mir jetzt aufgefallen ist, wenn man so gerade, wir von Vertical reden ja immer viel von Services, bei Services, wenn man halt nicht in der IT ist, sagt man, okay, das ist ja Service beim Hotel etc., aber wenn der IT ist, ist ja letztendlich, ob das jetzt ein Gerät ist oder ein Service, der mitgebucht wird oder mitgenutzt wird. Aber was mir so bei der Softwareentwicklung auch aufgefallen ist, dass ja der moderne Softwareentwickler, der kann ja auch wie so ein Lego, wie so ein Lego-Baukasten, kann also ja auch viele Module zurückgreifen, die jetzt schon vorgefertigt sind. Also praktisch so ein bisschen kommt mir Softwareentwicklung auch so ein bisschen wie mit einem Lego-Baukasten. Also man kann ja bestimmte Module sich zusammenbauen und man ist ja auch schneller in der Entwicklung. Wie siehst du das dann? Also ich finde auch so vielleicht eine Erleichterung, das braucht ja immer noch einen Entwickler, der da noch die Module aussucht und zusammenbaut oder siehst du sogar irgendwann mal in ferner Zukunft, dass sich die Software selber entwickelt? Wo siehst du die Extreme enden? Ja, ganz klares Jein. Also ich denke, dass das richtige Programmieren, das wird nicht wegfallen, weil das ist ja schon eine Art an sich, dass du sagen kannst, okay, ich kann wirklich an jeder Nuance des Codes halt noch rumschrauben und genau alles ablösen. Aber die Frage ist halt immer, brauche ich das in dem Fall? Ganz oft ist ja die klassische 80-20-Regelung, das muss ja einfach nur einen Großteil abdecken und dann kommen natürlich diese ganzen Low-Code oder mittlerweile schon No-Code-Lösungen, also die wirklich überhaupt gar nicht mehr erfordern, dass du programmieren können musst. Das kommt, das wird natürlich immer populärer, kennst du ja selbst, kannst halt im Bereich zum Beispiel von jetzt auch selbst hier Office 365, da gibt es ja schon dieses Automate, wo du das dann entsprechend zusammenbauen kannst. Oder ein ganz klassisches Beispiel, dein Smartphone, wenn du das jetzt guckst, Automatisationsprogramme, genau, das ist total einfach, also gerade bei iOS finde ich das extrem gut gelöst, dass du da ganz einfach sagen kannst, okay, ich fange mal an, wenn irgendwas klingelt, wenn ein Anruf kommt, wenn dieses oder jenes Ereignis ist und da kann sich jemand ganz problemlos ja einfach zum Beispiel so eine kleine App zusammenbauen, die dann, wenn, ja zum Beispiel, wenn der Batteriestand unter 10% wird, die dann nicht nur rumblingt, sondern der dann ein kleines Soundfile abspielt mit, pack mich auf die Ladestation, das könntest du ja machen. So, und das ist, früher wäre das viel Programmierarbeit gewesen und jetzt kannst du das relativ einfach dir zusammenklicken und das funktioniert. Ja. Und das ist ja schon ein großer Fortschritt zu dem, wo du früher gesagt hast, also als ich angefangen habe, in der Berufsschule, wo wir da programmieren mussten, da war das hier Borland C-Compiler, ne, und da hat dir nichts geholfen, nichts auf der Welt. Also im Internet gab es wenig, wenig Hilfe an der Stelle, gab ja auch wenig Internet an der Stelle. Ja, so war es, gell. Das ist ja der Vorteil, wenn man das so gelernt hat, eben noch vor der Zeit des Internets, dass man dann einfach ganz andere Erfahrungen mit heute auch vergleichen kann. Also ich bin auch wirklich gespannt, ich bin ganz stolz auf meinen Sohn, der ist jetzt, der kommt in die Schule und der ist jetzt eher an der Mathematik dran als ich und auch in den Naturwissenschaften. Ich bin ja eher bei den Sprachen hängen geblieben, aber ich wäre schon froh, wenn ich den ziemlich bald und schnell auch zumindest mal das Programmieren zeigen könnte. Da geht es leider erst ab zehn Jahren los, das hat er noch ein paar Jahre hin, aber vielleicht gibt es ja schon so Ansätze, also das würde mich schon interessieren. Aber weil du es vorhin gesagt hast mit dem Automatisieren oder mit dem iPhone, kennst du IfTT, If This Then That? Das ist, so wie ich es verstanden hatte, eigentlich auch, ich bin natürlich zeitlich nie dazu gekommen, das zu integrieren, aber es gibt ja auch so, dass du verschiedenste Tools oder verschiedenste Softwareanwendungen miteinander verbinden kannst. Ob das jetzt dein Hubspot mit Zapier und anderen, Zapier selber ist ja auch so ein Hub für solche Anwendungen, aber das nochmal, noch viel flexibler ist ja, glaube ich, dieses If This Then That. Also wenn du eine E-Mail bekommst, dann bitte da ablegen oder wenn du einen Tweet absetzt, dann so. Also ich finde diese Tools, die das miteinander verbinden, finde ich ja eine coole Sache. Aber um zurück zum Thema zu kommen, die Cloud muss ja schon einen Grund geben, warum die für viele so einschneidend ist. Also klar, jetzt haben wir über die Softwareentwicklung gesprochen, aber abschließend, der CEO von Accenture sagt ja auch, 2025 sind 70 Prozent der Organisationen in der Cloud. Das beinhaltet natürlich dann auch die Softwareentwicklung und die Hardware, das muss ja, also wenn du generell alle deine Systeme in die Cloud schiebst oder da betreibst, dann hat das ja auf alle Elemente und alle Entwicklungsstufen einen Einfluss drauf. Siehst du das ähnlich? Meinst du wirklich, dass das so schnell gehen wird? Wir sind jetzt, glaube ich, in Deutschland so bei 10, 20 Prozent. Ist das so ein Sprung 2025? Wird uns das überrollen? Ich weiß nicht, ich nehme da immer ein schönes Beispiel. Wenn ich überlegt habe, als ich in der Schule war, da sollten wir, das war dann 1987, da war ich in der Schule und da wurden wir aufgefordert, ein Bild zu zeichnen, wie wir uns das Jahr 2000 vorstellen. Ich glaube, es ist jetzt nicht zu viel verraten, wenn man sagt, wir haben alle hart übers Ziel geschossen. Also wir waren bei fliegenden Autos, wir waren bei Häusern, die nicht mehr wie Häuser aussehen. Und ja, Smartphones hatten wir schon, die haben wir auch gemalt, aber die gibt es dann, aber den Rest halt wirklich nicht, was einfach daran liegt, dass das vielleicht auch möglich wäre. Okay, fliegende Autos ist halt eine große Energieverschwendung, das hat man auch schon verstanden, dass das nicht die effektivste Art ist, Fahrzeuge zu bewegen. Und letztendlich ist es ja das Gleiche jetzt mit der Cloud. Also ich glaube, man könnte da sehr viel, die Frage ist, will man das wirklich? Wir sind immer noch in dem Bereich, dass wir hybrid arbeiten, weil selbst in großen Firmen, wenn man da mal hinter die Fassade guckt, es ist unglaublich, wie oft dann doch da wirklich immer noch Systeme sind, die einfach, die lokal laufen, die müssen das. Kannst du mal reingucken, also spätestens, wenn du produzierendes Gewerbe hast, da stehen irgendwo Fertigungsmaschinen, CNC-Fräsen oder was auch immer. Da ist eine uralte Siemens-Steuerung oder was auch immer drauf. Und das Ding wird mit einem sehr, sehr, sehr alten Rechner noch betankt. Und da geht wirklich noch einer ran an die Komm-Schnittstelle und spielt da Daten drauf. Und das sehe ich einfach noch nicht, dass sich das so schnell ändert, dass es da angekommen ist. Und es wird immer wieder diese Sonderfälle geben, die einfach nicht in der Cloud funktionieren. Also ich glaube, dass wir, also wir werden 2025 auf jeden Fall in einem kompletten Hybrid-Modell sein. Das glaube ich schon. Also ich glaube, es gibt keine Firma, die dann rein mehr On-Premise arbeitet. Das gehe ich 100 Prozent mit. Aber ich glaube, diesen hybriden Ansatz, den wird es immer noch geben. Oder ich meine, guck dir mal an, so eine Steuerung für ein mechanisches Tor oder sowas. Also muss man sagen, da sind Digitalbausteine noch drin, die schalten. Und das ist so, sowas wird, glaube ich, innerhalb der nächsten vier Jahre nicht digitalisiert werden. Das sehe ich nicht. Da bin ich nicht dabei. Auch aus Sicherheitsgründen, denke ich mal. Du hast was Mechanisches oder was Hardware-seitiges verbaut. Und das ist immer sicherer, als wirklich nur auf die Software zu fassen. Richtig. Hier, Reinhard, guck mal. Ich gucke immer in eine Tasse, ist schon wieder leer. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, wie wir letzte Woche gesagt haben, wir sehen uns wieder. Diesmal ging es sehr schnell. Machen wir, oder? Dann, ja. Vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal beim Espresso. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020